Episode zum Kiefer wir hatten sagittale Öffnung wir hatten waagerechte Bewegung und Kiefer ist ja 3D-Gelenk auch wenn es fragil aufgebaut ist aber trotzdem kann es Bewegungen in allen drei Projektionen machen was uns fehlt ist diese Schubladenbewegung wir können über den Boden parallel zu Boden noch eine andere Bewegung machen das ist rausfahren der Schublade hier bitte bitte Komfortzone ist alles ja viel zu oft besonders wenn die Weisheitszähne fehlen wenn wir nicht mal Teppchen nachts machen und wenn wir abgeschliefene Zähne haben viel zu niedrig ist dann verrutscht der Unterkiefer nach hinten Richtung Mastoid und dann dieser Abstand hier verringert sich und verspannt sich das kann zu Kopfschmerzen führen das hat eine massenhafte Symptomatik die Ärzte wissen nicht wie man das macht aber ich zeige euch wie man das macht auf jeden Fall diese Beweglichkeit des Unterküchels nach vorne und nach hinten muss da sein wir werden genauso arbeiten wie bisher wir werden kleinen Widerstand geben kleinen Widerstand bitte bitte und wir werden auf drei anspannen und auf fünf loslassen zwei Widerholungen machen und im Prinzip kann man in jegliche in jegliches Auflösung der Verspannungen mitnehmen wir stellen dann die Finger hier kleinen Widerstand geben und jetzt einfach nur probieren wie ist das Kiefer ausschieben und zurück einfach rausschieben erst nur rausschieben rausschieben und zurück jetzt geben wir Widerstand wir kehren zurück in die neutrale Lage auf drei schieben wir gegen Widerstand an eins zwei drei und auf fünf lösen wir das auf fünf vier drei zwei eins und entspannen Widerstand nach vorne Widerstand nach hinten nach hinten schieben die Finger ein bisschen Kiefer wieder setzt sich nach vorne andersrum Kiefer schiebt und Finger wieder setzen sich nochmal Kiefer schiebt auf eins zwei drei jetzt andersrum Finger schieben fünf vier drei zwei eins nochmal probieren nicht schlecht nach hinten könnte man auch machen ja weil es ist oft dann gespannt dann ist es hier zwischen dem Unterkiefer Eck und dem Mastoid hinten diesem Knochen hinter dem Ohr hier ist oft Spannung hier könnte man schauen inwieweit kann ich die Hautfalte ohne Schmerzen fahren ganz kleine Hautfalte so ein Mini ja hier läuft auch Nervos Vagus also wenn hier Spannung ist dann ist Vagalipf Faust auch schon im Magen ja so ungefähr weil unser Vagus innerviert alle inneren Organe er kann dann zu überraschenden im Magendarm Trakt führen was dann nicht richtig ist also jetzt anderes rum wieder statt geben wir so von hinten nach hinten eins zwei drei und auflösen eins zwei drei vier fünf nochmal kleine Bewegung nach hinten Schublade geht rein eins zwei drei und zurück fünf vier drei zwei eins und dann checken und gut und beim nächsten Mal zeige ich euch den Pac-Man wie kann ich meine Kiefergelenke entspannen ohne überhaupt irgendwelche Bewegungen in dem Kiefer zu machen Seid gespannt Bye Bye